Musik Oh mein Gott, ihre Zombie haben wir hier! Ich will nicht! Willkommen in einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider beim Add-on oder Zusatzmission die Hexe Baba Yaga, irgendwas Ich trau dem nicht Aber da liegt Geld, ich muss da hin, da liegt Geld Toll Aber wahrscheinlich muss ich das hier mit dem Tempel Geld später machen Karte aktualisiert Oh mein Gott, hier sind so viele Schätze Wo bin ich? Ich bin da Aber Hexe Baba Yaga ist da Okay, dann gehört das wohl nicht dazu Das war irgendeine Art Schrein Die Menschen sind hierher gepilgert Ein Schrein Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik Und dort sah er unsere Rettung Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens Welch wunderbare Worte Gibt's hier noch was zum Plündern? Okay Wenn ich das hier drehe, dann passiert da sicher was Tür geht zu und Oh ja Es ist nicht mehr weit bis zum gottlosen Tal Je einfach den hölzernen Steg an der Klippe hinunter Warte, ich mach erstmal Seile fest So, jetzt Oh, hallo Manipel Sie ist kaputt Okay Natürlich geht da was kaputt Komm schon, komm schon, komm schon Alter, wirklich? Tschüss, Lara Keine Ahnung, was ich da hätte tun sollen Okay Vielleicht mit Anlauf Oder ist da nur was anderes? Nö, ich probier mal mit Anlauf Nein, nein, nein Sprinnn Ja Geht doch Nochmal Feuer Hier ist ein kleines Lager Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben Du bist schon fast im Tal Okay Baba Yaga Hexe mit Vogelbeinhaus So, zeig dich Hexe Okay Okay Ist da noch irgendwas? Nö Ich mag das nicht Okay Hexe 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 Nadia Ich glaube, ich hab dein gottloses Tal gefunden Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber Hier draußen ist etwas Sei vorsichtig Das ist ihr Land Nadia Meine Enkeltochter Mittlerweile weißt du es Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten Baba Yaga Ich werde Rache für deine Großmutter nehmen Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal Bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen Ich weiß nicht, was sie wollen Aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren Den Grund Dein Großvater ist kein weiser Mann Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter Aber das war nicht immer so Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt Um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen Um Teil ihrer Bestrafung zu sein Ich wusste, dass das böse war Aber ich wusste nicht, wie man kämpft Bis ich sie traf Schön Ist Baba Yaga jetzt deine Frau, oder was? Ah nein, Baba Yaga hat anscheinend irgendwie die Frau getötet Oder sonst was Schauen wir erstmal, ob wir was freischalten können Nein, können wir nicht Okay Dann nisch Ähm, ja, ich kann da oben hin Und ich kann hier auch noch so seitlich Achso, nö Wohl doch nicht Alap Äh, ich hab einen Stock angefasst Voll eklig Den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700 Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war Doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen Und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen Wir versuchen hier draußen die Ruhe zu bewahren Aber das sieht nach einem großen Fund aus Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher Entdeckungsbonus Yay Na dann los Oh, hier ist alles so schön Oh, und giftig Oh, ähm Was? Ich komm nicht zurück Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich kann mich nicht verstehen Oh nein Irgendwas stimmt nicht Er dreht sich aus Alter Was ist das hier? Bin ich jetzt im Trimagischen Turnier oder was? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Ihre Zombie-Armee? Oh mein Gott, ihre Zombie-Armee! Ich will nicht Die fassen mich jetzt bestimmt an Ich muss träumen Nicht real Das kann nicht sein Irreal Schau nicht hin Mach die Augen zu Mädchen Lauf Hexe Toll, ich kann nicht mal meine Waffe ziehen Ich will gucken, ob hier noch was ist Das ist so strange hier Hallo Papsi Wo bist du hin? Warte Was ist das hier für ein Ort? Oben ist irgendjemand Halt Wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Keine Ahnung Da ist er Ah, ich kann ja rennen Komm schon Lauf Oh mein Gott Was war das denn? Ja, wir kommen hier nicht mehr raus Das ist Hexengebiet Oh nein Oh nein Oh nein 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 Das ist nicht Okay Komm schon Oh, was ist das denn Nein Nein Oh, er hat ein Irgendwas kopf auf Psycho Das Haus auf Vogelbeinen Oh Mann Wie cool Nein Komm Ja Am Arsch Ich verrotte hier nicht Ich werde dich erlegen In deinem Vogelhäuschen Was? Was? Okay Oh Gott Ich weiß nicht mal Wo ich hinschießen soll Oh mein Gott Das sind Wölfe Was? Komische Wolfstiere Guck mal Halt dich mal Da kommt noch mehr Nein Puh Ich brauch ne andere Waffe Ich brauch ne andere Waffe Mann Was war das denn jetzt? Ups Nachladen Na da ist noch was Komisch Es sieht hier aus wie in einem Ghibli Film Was? Oh Gott Mich Es kann mich Okay Okay Ja Ja. Lara! Lara! Kannst du mich hören? Bist du da? Ich koste es gerade. Moment. Ich glaube, ich glaube. Was ist passiert? Du hast gehustet und etwas von Blumen und Pollen geredet. Und dann nichts. Ich habe gedacht, die Hexe hätte dich umgebracht. Ich glaube, ich habe halluziniert. Gott, ich hoffe es. Halluziniert. Es gibt im Tal eine Blume, die Vision verursachen kann. Aber ihre Wirkung ist zu schwach. Weißt du, was das für ein Ort ist? Ich sehe Ohre und Leitungen. Sowjetisch, wie es aussieht. Das muss der Vorposten der Sowjets zum Erforschen der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen. Aber es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Ich wusste, es war ein Fehler, ihm ein Getränk ins Gesicht zu schütten. Ich tat es trotzdem. Ich dachte, dass Minister Dyatlovs verdutzter Blick den Verlust meines Forschungsetats wert wäre. Ich war so dumm. Die Ratten vom KGB traten noch vor dem Morgengrauen meine Tür ein. Fünf Jahre im Arbeitslager. Sie haben nicht mehr den Mummes beim Namen zu nennen und nennen es Freiheitsstation. Lügner. Es ist ein Gulag. Ich habe mir geschworen, dass sie mich nicht brechen. Doch schon in der ersten Woche winselte ich um Gnade. Ich muss hier raus. Eine der Wachen, ein rotwangiger Bursche namen Siewan, hat mehr Herz als Verstand. Es schmerzt mich, seine Artlosigkeit auszunutzen. Doch ich werde hier nicht verfaulen. Ja. Was muss, das muss. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. Aha. Okay. Ich komme da nicht hoch. Ich kann da nicht springen. Komm schon, Lara. Geh da hoch. Kletter die Wand hoch. Wir probieren es noch einmal. Ich glaube da nicht dran, dass das klappt. Geh ich noch ein bisschen höher? Nee. Jetzt satt. Jetzt satt. Wer doch... Masi muss springen. Und hier hoch. Baba Yaga, ich finde dich, du Hexe. Und dann bist du dran, wenn du den Großvater hast. Pass nur auf. Da ist eine Treppe. Da ist irgendwas komisches. Und da ist... Oh, das ist was für meinen Superboden. Ich habe nur noch 19 Schuss. Ich habe meine Tochter nie im Arm gehabt. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch weg. Ich wollte kämpfen. Aber sie sind viele. Und ich bin erschöpft. Dann schärften sie mich fort. Rissen unsere drei Herzen auseinander. Sie brachten mich in ein verstecktes Tal mit uralten Uinen. Sie sagen, wenn ich kooperiere, werde ich meine Familie wiedersehen. Ich werde diesen Monstern niemals trauen. Aber ich habe keinen besseren Plan. Hier gibt es seltsame Blumen. Der Pollen verwirrt meine Entführer zusehends. Und sie wagen sich nicht weiter als bis zu unserem kleinen Vorposten. Sie brachten mich her in der Hoffnung, dass ich ihnen mit meinem botanischen Wissen helfen würde, ein Gegengift zu finden. Endlich hat der Staat eine Verwendung für mich. Ich nicke und lächle. Ich spiele mit. Aber sie können mich nicht noch einmal brechen. Für meine Tochter, für Ivan, werde ich leben. So, die Tochter, die Tochter wollte ich schon sagen, skypt mit mir. Die Tochter ist mit mir in einer Funkverbindung. Wahrscheinlich. Und der Großvater ist halt ihr Mann. Jemand war hier. Ekelhaftes Zeug. Ekelhaftes Zeug. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar. Sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadja. Nur eine sehr schlaue Person. Okay. Aber warte. Wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Ah, hallo. Was ist das jetzt? Ah, okay. Ich muss das, glaube ich, ziehen. Oder auch nicht. Ist ganz schön schwer, das Ding. Klopf, klopf. Baba Yaga, mach auf. Okay. Ah, ich habe eine Idee. Oh, ich kann hier interagieren. Oh. Ah, okay. Wow. Das sollte genug sein. Ja. Jetzt muss nur der Eimer näher ran. So. Sorry. Ich habe geklopft. Die Tür ist aber ein bisschen kaputt gegangen. Ich habe etwas gefunden. Wochen sind vergangen, seit mich die Mistkerle vom Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. Keine gute Idee, aber gut. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens in... Was? Speichern erstmal. Hä? Was ist jetzt los? Okay. Dann würde ich hier erstmal sagen, einfach bis zur nächsten Folge und mal gucken, ob ich dafür eine Lösung finde. Vielleicht habt ihr auch eine. Keine Ahnung. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.